Grüßt euch liebe FCA-Fans zum heutigen Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Ich muss die FCA-Fans heute bitten, hochkonzentriert bei der Sache zu sein. Denn die Württemberger Schwaber aus Stuttgart sind ja für ihr impulsives Temperament bekannt. Wie ihr da ja gut sehen könnt, zeichnet sich der VfB vor allem durch schnelle Tempowechsel und überraschende Spielzüge aus. Ich werde zur Sicherheit aber auf alle Fälle während des Spiels unsere Balljungs mit Bubenspitzlern und Kässpatzenversorgern, damit die gegnerischen Spieler auch geruchstechnisch ein bisschen verwirrt sind. Unsere Jungs dagegen sind heute hellwach und allenfalls sehr torhungrig. Und heute werden wir nämlich den Stuttgarter eindrucksvoll beweisen, dass wir bayerische Schwaben die besseren Schwaben sind und gewinnen dann mit 3 zu 1 und zack. Pfiat euch, servus.